Herzlich Willkommen bei Geschichte Kompakt. Doch was ist das eigentlich? Geschichte Kompakt hat sich gegründet, weil uns die fehlende geschichtliche Bildung in der Gesellschaft aufgefallen ist. Wir probieren Geschichtswissen an alle Generationen, aber vor allem der Jüngeren, zu vermitteln. Auf diesem Kanal sollen Geschichtsvideos zu allen möglichen Themen kommen. Vor allem aber zur Neuzeit, also zu Themen wie zur Französischen Revolution oder zum Dritten Reich. Das sind letztendlich auch die Themen, die ihr für die Schule wissen müsst. Wir hoffen, ihr könnt was lernen und habt Spaß mit den Videos. Wir freuen uns, euch was beibringen zu können. Wir sehen uns dann beim Video eurer Wahl. Ciao.